Jetzt möchte ich hier zeigen, wie man den Zeilenabstand des Standardtextes auf eineinhalbzeilig einstellen kann. Hier haben wir also diesen Standardtext und hier gehe ich wieder zu den Fußnoten, suche mir den entsprechenden Eindruck, es wäre hier schon Standard, rechte Maustaste ändern. Ich habe hier mehr Registerkarten, gehe hier zu Einzüge und Abstände und wähle mir hier beim Zeilenabstand eineinhalbzeilig aus. Klicke auf OK und man sieht, dass sich hier der Zeilenabstand verändert hat.